Die Rhein Medical GmbH mit Sitz in Willig bei Düsseldorf ist auf die Entwicklung, Produktion und Distribution von medizinischen Monitoren und Computern spezialisiert. Mit Tochtergesellschaften in Spanien und der Schweiz bedient das Unternehmen den Markt in Deutschland und ganz Europa. Die unter der Marke Vumatic vertriebenen All-in-One-Computer und Monitore sind speziell für hygienisch sensible Umgebungen wie OP-Säle oder Intensivstationen optimiert. Befundungsmonitore der Marke Totoku gehören ebenfalls zum Portfolio. Unsere Kunden kennen die Rhein Medical GmbH vor allem als unkomplizierten Partner. Dies möchten wir Ihnen im gemeinsamen Gespräch zeigen und unsere Produkte und Leistungen auf Ihre Anforderungen und Wünsche ausrichten. Unsere Produktauswahl bietet von Anfang an Raum für Ihre individuellen Lösungen. Rhein Medical ist stolz auf die langjährige Erfahrung und entwickelt die Produkte bis heute im eigenen Haus. Von der Konstruktion am CAD-Arbeitsplatz über den Prototyp bis zum verkaufsfähigen Produkt. Ihre Anforderungen und Feedbacks realisiert. Made in Germany. Ihr persönlicher Ansprechpartner bei uns arbeitet Tür an Tür mit der Entwicklung und Produktion. Das ganze Team von Rhein Medical mit rund 60 Mitarbeitern weiß, ein anspruchsvolles Produkt für medizinische Anforderungen ist Pflicht. Doch schneller und komplizierter Service für Sie die Kür. Allen unseren Produkten gemein ist die langjährige Erfahrung im industriellen IT-Bereich. Die in Vumatic-Produkten verbauten Industriekomponenten zeigen ihre Vorteile in der Nutzung und langfristigen Ausstattung. Sie sind qualitativ hochwertiger, langlebiger und verschleißfreier als gewöhnliche EDV-Produkte. Von einer technischen Dokumentation begleitet, bietet die Rhein Medical GmbH durchdachte und benutzerfreundliche Produkte. Profitieren auch Sie von der Erfahrung aus europaweit über 15.000 Geräteinstallationen in den letzten 10 Jahren. Hohe Qualitätsstandards, entsprechend der ISO 13485 Zertifizierung, ziehen sich durch die gesamten Leistungen von Rhein Medical. Sie gewährleisten die für die medizinische Anwendung essentiellen Sicherheitsnormen in allen Lebenszyklen eines Produkts. Jede Komponente wird aufwendigen Sicherheits- und Qualitätstests unterzogen, bevor sie in ein Produkt eingebaut wird. Kern der Erfolgsgeschichte der Rhein Medical GmbH sind die Vumatic-Produkte in der dritten Generation, welche den Hauptanteil des Unternehmensumsatzes ausmachen. Wesentliche Vumatic-Produkte sind das Vario-Konzept, das Selenio-Konzept und das Operion-Konzept. Dazu zählen außerdem medizinische Monitore in den relevanten Größen. Herausragende Hygiene-Eigenschaften und ein zeitlos schlichtes Design sind Erkennungszeichen aller Vumatic-Produkte. Unsere Qualität verdanken wir Ihnen. Mit dem Ende eines jeden Produktionszyklus wenden wir den rückblickenden Dialog an. Das heißt, wir fassen alle Kundenfeedbacks zusammen und stellen uns zwei Fragen. Erstens, welche Weiterentwicklungen haben das größte Potenzial? Zweitens, können wir unsere Qualitätsstandards nochmals erhöhen? Es ist die Summe dieser Eigenschaften, welche die Vumatic-Produkte auf dem Markt positiv hervorhebt. Rhein Medical We make your e-health come alive.